Einfach ein richtig tolles Spiel. Und jetzt sind wir bei Regina und Macworld. Wieso kann ich hier nicht double jumpen, dashen und alles? Hä, komm ich denn da hoch? Ich hab das moveset vergessen. Achso, da ist sie. Nein, nein, geht weg ihr Schnuppis! Nein! Oh Gott! Nein! So gehts. Nein! Er ist schon eine andere Hausnummer als Epic Dumpster Bär. Wenn alles anstrengend ist. Oh Gott! Dass sich Regina und Mac nicht umdrehen? Achso, aber tun sie das nicht? Nein, es ist einfach nur... Hier ist der eine. Oh Gott! Ich glaube, ich habe Yoshi Epic Dumpster Bär empfohlen. Ich bin mir nicht sicher, ob er es gespielt hat, aber ich glaube schon. Nein, nicht schon wieder. So war es. Damit ich das Ding zum Ziel bringen muss. Nein! Ah, er hat einfach das leere geflutet mit diesen Dingern hier. Der Pfeiler sagt eindeutig, behalte diesen treuen Freund bis zum Ende aller Tage. Warte, damit man hier hochkommt wahrscheinlich. Ah, bestimmt noch weiter. Ist halt das Super Nintendo schon wieder vergessen, das ist die... Oh! Scheiße! 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 Oh nein! Nein, Regina und Mac war Yoshis Traumspiel, das er immer machen wollte. Er wollte ja immer ein Spiel machen, das so ist wie Banjo-Kazooie. Aber klar, er mag 2D-Plattformen auch sehr gerne. Da war es sehr nahe liegen, dass er danach noch das hier macht. Oh nein! Boah! Ich bin irgendwie glad, dass es da nur 2 gibt. Alter! Da muss man mal wenig schnell sein. Kann man nicht alle Dinger einsammeln? Oh! Kill me with fire! Richtig, stimmt! Keen Dreams 2 wurde gecancelt und dann hat er das daraus gebastelt. Hat er einfach eine populäre IP drüber gestülpt und schon war der Hit geboren. Warum lerne ich eigentlich erst mal einen Fehler? Warum lerne ich eigentlich erst mal einen Fehler? Ja, das ist eine scheiß Situation hier! Was ist denn da hochkommen? Was ist denn da hochkommen? Rückweg oder was? Bitte sei gnädig mit den Gems. Er ist nicht gnädig mit den Gems. Oh, es fehlten nur 2! Aber das muss man jetzt auch mal wieder sagen. Es ist halt ein Spiel, über den man sich konzentrieren muss. Und das kann man nicht einfach so weghuschen, wie ich das gerade versucht habe. Und das Level ist kurz, es ist nicht besonders unfair. Es ist schon jedes Mal, es sagt das jedes Mal wieder, dass ich viel Gutes fände an Yoshi's Spielen. Sehr viel Gutes wirklich. Fuck! Nein, Dramidruns müssen nicht auch immer nur die ganze Zeit Spaß machen. Die können schon auch fordernd sein. Es gibt ja auch so krasse Hardcore-Plattformen. Das ist auch eine Nische. Das finde ich schon okay. Und Spaß machen sie auch irgendwie. Oh ne, ey. Mann! Bist du noch da? Ich hoffe, das reicht. Das klingt wie dieses Lied von, wie heißen die noch? Ähm... Somebody... Nein! 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 Dann ist das nicht eine Möglichkeit. dass ich alles hole und dann zurückgehe. Dann kommt die Plattform wieder. Vielleicht soll ich es nicht, wenn ich sehe schon, dass es nicht mehr klappt, nicht nochmal probieren. Sondern dann doch versuchen, das zu machen, was eben eh gerade mein Plan war. Alter, was ist mit meinem Magen los? Wie grummelt die ganze Zeit so schlimm? Ja, das ist halt dieses. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Scheiß, Globat, Blobsies. Jetzt wieder einen feinen Vorsprung. Ich habe mehr als eben. Ah, die kann ich raufhüpfen. Ne, doch nicht. Hä? Wieso ist es mir beim ersten Mal direkt gelungen? Fehlten mir da zwei scheiß Nobels. Ich probiere jetzt mal, was ich eben eh schon vorhatte. Ich hole mir alle Dinge und dann gehe ich zurück. Aber dass ich auch überhaupt eine Motivation habe, mir diese Medaillen zu holen. Auch ein bisschen seltsam. Was ist das? Den, 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 den. Wieso, jetzt? Wir machen jetzt immer eine Motivation. Wir machen jetzt noch ein, was ich ganz gut? Dann kommen die Anstattin. Dann kommen die Anstattin. Ja, die hier steht. Nein, wieso? Wieso macht er da keinen Wandsprung? Ich weiß nicht, dass er ein Wandsprung ist. Oh nein, oh nein. Nein, warum weine ich unterdurch? Oh Gott, ich bin so ein Ochse. Ich krieg gleich noch die Speedmedaille. Oh nein. Oh Gott, ich bin so ein Ochse. Wie kann ich das gleich mit diesem Jump da machen? Dass ich nicht in die Säge springe. In die Floppy meine ich. Beim ersten Mal habe ich es so gemacht. Ja. Das ist der Weg zu gehen. Oh, da ist der grüne Fucker. Oh, wie unnötig doof. Okay, wie spät ist es? 23,42. Warum ist Motivation durch Belohnung seltsam? Naja, weil das halt... Man könnte auch einfach sagen, gut, ich rausche jetzt hier durch die Level. Und dieses absurde Challenge mache ich aber nicht mit. Ja, durchaus legitim. Team. Wir können also surfen wie bei Thwomp Jump. Oh. 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 Ein Glück. Das zerquetscht mich gar nicht. Das kickt mich nur aus. Ist ja sehr nett. Ob da unten noch was ist? Wie denke ich nicht. Ganz nettes Level bisher. Ja. Gar nicht brutal. Okay. Steine. seltsames level oder was 311 da war da wohl doch noch was wenn ich runtergegangen hier war das mal und die brauchen natürlich auch hier brauche ich nicht aber helfen aber sehr liebes level meine blase verlor also dass er quetschen in diesem lieben level jetzt naja nett naja nett